Willkommen beim Talentraspel MMO-Kit. Eine gute Wahl. Bei der folgenden Präsentation handelt es sich um eine Technologienemonstration des Talentraspel MMO-Kit. Der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Objektmanagement und Lastverteilung. Die grafische Darstellung wurde bewusst einfach gehalten, um die wesentlichen Aspekte besser hervorzuheben. Hier werden einige Objekte erzeugt. Die vier gestarteten Bereichsserver sind mit ihren Zentren als hellblaue Kacheln dargestellt. Ohne Lastverteilung werden die neuen Objekte alle dem sie erzeugenden Bereichsserver zugeordnet und haben daher zunächst dessen Farbe hellblau. Durch Visualisierung der Zuordnung zu den vier im Hintergrund arbeitenden Objektservern lässt sich die bei der Erstellung der Objekte erfolgte gleichmäßige Verteilung anhand der farblichen Zuordnung erkennen. Zurück in der Darstellung der Bereichsserver kann die gleichmäßige Umordnung der Objekte durch Lastverteilung auf die vier gestarteten Bereichsserver beobachtet werden. Wenn auf einem Bereichsserver zusätzliche Objekte erstellt werden, steigt dessen Last. Durch Hinzufügen eines weiteren Bereichsservers wird die Last ausgeglichen und die Objekte werden durch die Lastverteilung wieder optimal verteilt. Wenn die Objektanzahl wieder sinkt, dann reduziert sich auch die Last auf dem Bereichsserver. Daher kann der zusätzliche Bereichsserver wieder gestoppt werden. Die Objekte werden durch die Lastverteilung auf die verbliebenen Server verteilt. Die Zuständigkeit der Bereichsserver wirkt sich auch auf die Spielfiguren aus. Wenn sich ein Spieler in der Welt bewegt, so wird seine Spielfigur immer auf dem jeweils zuständigen Bereichsserver gehalten. In der Animation kann dies am Wechsel der Farbe beobachtet werden. Wenn Bereichsserver hinzugefügt oder wieder entfernt werden, dann wechselt die Zuordnung der Spielfiguren ebenfalls gemäß der jeweils neuen Zuständigkeit. Wir hoffen, Ihnen mit dieser kleinen Technologiedemonstration des Talentraspel MMO-Kit einige nützliche Informationen zu den Bereichen Objektmanagement und Lastverteilung gegeben zu haben. Talentraspel MMO-Kit – eine gute Wahl!